Strafverteidigung und Sexualstrafsachen Guten Tag, ich bin Rechtsanwalt Kian Fathier. Meine Kanzlei liegt in zentraler Lage der Universitätsstadt Heidelberg in der Nähe des Heidelberger Bismarckplatzes. Dies ist einer der zentralen Verkehrsknotenpunkte der Universitätsstadt Heidelberg. Meine Kanzlei erreichen Sie insbesondere aus Darmstadt, Stuttgart, Karlsruhe oder Mannheim aus gut über die Autobahn. Im Video heute berichte ich Ihnen über eine professionelle Strafverteidigung im Bereich des Sexualstrafrechts. Im Handbuch Strafverteidigung wird in der zweiten Auflage aus dem Jahre 2014 zutreffend ausgeführt, dass kaum ein Deliktsbereich denkbar ist, der stärkere Emotionen in der Öffentlichkeit hervorruft als der Bereich des Sexualstrafrechts. Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs sind häufig Gegenstand von Strafverfahren bei Gerichten. Bei einer Verurteilung drohen regelmäßig hohe Freiheitsstrafen. Aber selbst wenn sich Personen bereits in U-Haft befinden, muss die Lage nicht aussichtslos sein. Gegen einen Mandant von mir wurde Untersuchungshaft vollstreckt und das Strafverfahren wurde eingestellt und der Mandant aus der Untersuchungshaft entlassen. In der juristischen Fachliteratur zum Sexualstrafrecht wird zutreffend mitgeteilt, dass Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs häufig falsch seien. Leider erkennen dies häufig die Strafverfolgungsbehörden nicht. Zutreffend wird dies in der juristisch-wissenschaftlichen Fachpublikation mit dem Titel Aussage gegen Aussage in sexuellen Missbrauchsverfahren, defizitäre Angeklagtenrechte in Deutschland und Österreich in deren Korrekturmöglichkeiten ausgeführt. Wenn und soweit Ihnen bekannt gegeben worden ist, dass gegen Sie wegen einer Sexualstraftat ermittelt wird, sollten Sie schnell einen Strafverteidigermann taktieren und sich dort beraten lassen. Denn oft werden zu Beginn des Strafverfahrens wichtige Weichen gestellt. Ziel einer Strafverteidigung im Sexualstrafrecht muss es immer sein, möglichst eine Hauptverhandlung zu vermeiden. Bereits ein öffentlich bekannt gewordenes Ermittlungsverfahren wegen einer Sexualstraftat kann für den Betroffenen ganz erhebliche Nachteile für das berufliche Fortkommen haben. In Sexualstrafverfahren gibt es häufig die sogenannte Aussage-gegen-Aussage-Konstellation. Tatspuren fehlen häufig und über das Opfer hinaus, also die Person, die behauptet, Opfer geworden zu sein, gibt es weiter keine Zeugenbeweise. Es gibt also weder Sachbeweise noch gibt es über den sogenannten Opferzeugen oder den sogenannten vermeintlichen Opferzeugen hinaus weitere Personenbeweise. Lediglich die Aussage der Person, die behauptet, Opfer einer Sexualstraftat geworden zu sein, entscheidet dann über Freispruch oder Verurteilung des Angeklagten. Sofern das erkennende Gericht der fehlerhaften Beschuldigung des vermeintlichen Opfers glaubt, kann es in einer sogenannten Aussage-gegen-Aussage-Konstellation zu einer Verurteilung eines Unschuldigen kommen. Im Sexualstrafverfahren ist die Befragung der Person, die behauptet, Opfer geworden zu sein, durch den Verteidiger ein sehr wichtiges Mittel der Strafverteidigung. Gerichte ziehen nicht in jeder Aussage-gegen-Aussage-Konstellation ein sogenanntes Glaubwürdigkeitsgutachten oder aussagepsychologisches Gutachten heran, obwohl dies bei einer Aussage-gegen-Aussage-Konstellation sicherlich naheliegend ist. In vielen Fällen sind wohlbegründete Anträge des Strafverteidigers zur Heranziehung eines Glaubwürdigkeitsgutachtens wichtig. Der Strafverteidiger in Sexualstraf-Sachen steht vor sich unterscheidenden, ungewöhnlichen prozessualen Konstellationen. Diese stellen an die Strafverteidigung besondere Anforderungen. Wichtig sind insbesondere Aussage-psychologische Kenntnisse bei der Befragung des sogenannten Opferzeugen, also der Person, die behauptet, Opfer einer Straftat geworden zu sein. Hier ist eine besondere Sachkunde erforderlich, aber auch Sensibilität. Diplomatisches Geschick ist von großem Vorteil. Ein Fehler wäre es, wenn sie, wenn ihnen eröffnet worden ist, dass gegen sie wegen einer Sexualstraftat ermittelt wird, sich ohne Konsultation eines Strafverteidigers zur Sache einlassen würden. Ratsam ist es sofort, einen Strafverteidiger mit Erfahrung im Sexualstrafrecht zurate zu ziehen. Dieser wird regelmäßig unverzüglich Akteneinsicht beantragen. Erst danach wird der Strafverteidiger im Sexualstrafrecht gemeinsam mit seinem Mandanten nach erfolgter Akteneinsicht entscheiden, ob eine Einlassung seines Mandanten zur Sache überhaupt erfolgen wird. Über die verschiedenen Mitarbeiterinnen des Sekretariats der Kanzlei kann unter der unten eingeblendeten Rufnummer Kontakt zur Kanzlei aufgenommen werden. Aus Zeitgründen ist es mir jedoch leider nicht möglich, jedes Mandat anzunehmen, das mir im Bereich des Sexualstrafrechts angeboten wird. Bei besonderem Interesse an Ihrem konkreten Fall ist jedoch auch eine bundesweite Strafverteidigung durch mich möglich. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.